Hallo und herzlich willkommen YouTube, hier ist euer Pfff, was geht denn YouTube, hier ist euer WaruDNZ, heute am 26.11.2011 auf German Top Cut Shorts. Heute der Clip von Fisch, keine Ahnung irgendwas, er spielt mit der LL4 auf Dome, Abschluss bestätigt, er springt hoch, er sieht die drei Gegner, er springt hoch und los kommt Triple! Maaah, du kleiner Wichser! Aaaaaah! Was ist denn nun los mit dir? Warum ein Los kommt Triple? Und wenn auch ihr solche krassen Clips auf eurem PC habt, dann schickt es uns, wie ihr Clips einsendet, steht direkt vor eurer Fresse. Wenn euch mein Commentating-Style gefallen hat, dann bitte kommentieren, liken und Verbesserungsvorschläge, wenn ihr welche habt, geben. German Top Cut Shorts 2011, denn der Rest ist nur Whack! German Top CD Shorts Und wenn euch mein Commentating-Style gefallen hat, dann bitte kommentieren, liken und Verbesserungsvorschläge, wenn ihr welche habt, geben.